Willkommen zu einem neuen Webflow-Tutorial. Heute bauen wir auch mal wieder was von Apple.com und ich habe mich da einfach so ein bisschen durch die Website geklickt, kam hier auf die MacBook Air-Seite und dachte mir, oh, ganz schicke, eigentlich Zoom-in-Typo-Animation, super, das sieht einfach aus, kann ich mal wieder so ein 3-Minuten-Tutorial aufnehmen und euch ein bisschen hier Animationstechniken zeigen. Ist ja eigentlich easy, oder? Textelement auf die Seite packen, einfach on-scroll, scale vielleicht von 1 bis 10 und fertig ist es. Tatsächlich saß ich hier jetzt ganze zwei Stunden lang und habe rausfinden müssen, wie diese kleine Typosum-in-Animation überhaupt wirklich gut auch funktioniert. Also so, dass es scharf ist, dass es genau an dem Punkt hier ist, genau da schwarz wird. Es ist gar nicht so einfach und ich will mit Absicht genau diese Reihenfolge, wie ich rangegangen bin, dir nochmal zeigen und letztendlich findest du das Cloneable am Ende auch in der Videobeschreibung verlinkt. Kannst dich also auch kostenlos dort nochmal anschauen, direkt im Webflow-Designer öffnen, für dein Projekt einfach for free klonen und als Dankeschön wäre es cool, wenn du ein Like oder ein Abo da lässt und hier gibt es wöchentlich neue Webflow-Tutorials. Also, lass uns reinsteigen und mal anschauen, was es hier für Probleme geben kann. Fangen wir mal mit dem Aufbau an und fügen hier erstmal eine Section sozusagen ein, die komplett über die Breite gefüllt werden soll und die soll auch jetzt definieren, wie lange wir scrollen, also wie lange auch die Zoom-Rein-Raus-Animation stattfindet. Und das ist bei mir jetzt einfach mal 300 VH, das heißt dreimal, so lange wie das Browserfenster hoch ist, scrollt man runter und dann ist die Animation vorbei. Kannst du hier nachher mit genau dieser Einheit hier einfach ein bisschen rumspielen, wenn du das Gefühl hast, du musst ein bisschen länger scrollen, dass es rein- und rauszoomt und so weiter. Als nächstes kommt hier ein Sticky-Element und das soll auch über die volle Breite sein, soll jetzt aber nicht 100% Höhe haben, sondern 100 VH Höhe. Das heißt einmal so hoch sein, wie das Browserfenster hier auch, unser Artboard hier gerade groß ist und hier wollen wir in der Mitte nachher natürlich unser Text-Element dann platzieren. Und momentan sehen wir überhaupt nichts, ich habe nämlich den Body hier auf All Pages, Body All Pages steht momentan auf schwarz und das heißt nur diese Section hier oben würden wir jetzt mal Hintergrundfarbe auf hell stellen und das siehst du jetzt auch, ist jetzt sozusagen so lange würden wir scrollen und nachher geht es dann hier in die nächste Section sozusagen über, wo du auch eigenen Content dann platzieren kannst. Das Sticky-Element soll natürlich dann auch Sticky definiert werden und zwar genau 0 Pixel, also genau hier oben soll es anfangen dann mit zu scrollen und das ist eigentlich erstmal alles, was wir hier eingeben müssen und dann haben wir noch ein Innerelement und das mache ich meistens so, wenn du jetzt Elemente in diesem Sticky-Interaktion hast, die über das Browserfenster also hinausgehen. Wir zoomen ja nachher ran und der Schriftzug wird nachher hier rechts und links das Browserfenster quasi überfüllen, also darüber hinausgehen und damit wir nicht dieses komische horizontale Scrollen mit reinbekommen, habe ich immer nochmal so ein Innerelement, das wir im Prinzip jetzt auch auf 100% Höhe und Breite stellen, das heißt es füllt immer genau das aus, was wir hier bei Sticky eben eingegeben haben und der bekommt jetzt overflow hidden mit, das heißt die Elemente, die hier drin sind und darüber hinaus jetzt hier gehen, die werden einfach abgeschnitten und dann kriegen wir nicht dieses komische horizontale Scrollen mit rein. So und jetzt machen wir einfach hier auch Flexbox vertikal und dann mittig, das heißt wir können hier jetzt erstmal vielleicht ein Textelement mit rein machen, ja wir müssen natürlich hier auch der Section Farbe mitgeben, die wird dann vererbt an die Kind-Elemente, deswegen müssen wir uns nicht direkt hier beim Textelement geben, sondern alles, was hier drin ist, wenn noch mehr Text drin wäre, soll ja alles dunkle Farbe dann haben und das können wir dann weiter oben eben entsprechend vergeben. So jetzt machen wir hier mal Macbook und ich glaube Macbook Air war es ja, so Macbook Air und dem Schriftzug hier machen wir jetzt mal, wie habe ich es jetzt alles genannt, Typosum Text machen wir jetzt hier einfach mal. So und meine erste Herangehensweise war, okay dem geben wir jetzt hier einfach mal 10VW, also wir machen jetzt die Schriftgröße basierend auf der Breite vom Browserfenster, gehen hier mal Unitless auf die Zeilenhöhe, dass sie einfach automatisch immer so hoch ist und ein bisschen anpasst eben sich von der Größe her und wir können jetzt hier auch auf Bold gehen beziehungsweise schauen wir mal bei Apple nochmal rein, ja die haben ja auch eher so einen Breiten Text und das stimmt so ungefähr von der Größe her, ja also wahrscheinlich sind wir vielleicht eher so bei 9. Jetzt gehen wir hin und legen unsere Animation an und zwar unser Trigger-Element ist hier die komplette Section, die 300VH eingestellt ist, gehen hier Element Trigger und sagen While Scrolling in View. So, Play Scroll Animation und dann legen wir uns hier mal eine neue an. Was haben wir jetzt hier? Typosum Scroll Animation und wichtig wäre jetzt hier, beziehungsweise ich zeige dir erstmal das Problem, ja wir gehen jetzt hier hin und nehmen uns hier dieses MacBook Schriftzug und machen einfach mal ein Scale, so das war das Erste, was ich eigentlich auch gedacht habe, was auch funktionieren muss und gehen hier jetzt irgendwie auf eine ganz hohe Zahl so. Wir sind jetzt hier also und das ist natürlich hier, je nachdem was du für einen Schriftzug dann da einsetzen willst, ist die Position und das Skalieren vielleicht genau passend, ja, zoomt genau ins Schwarze rein. Hier jetzt leider nichts, es geht jetzt genau ins Weiße und ich kann auch nicht mehr als 100 zoomen. So, das war auch ein Problem. Dann habe ich gedacht, okay, mache ich einfach noch so einen kleinen Move rein, bewegt das Ganze von 0 VW, also auch wieder hier Einheiten nehmen, die eben sich am Browserfensterbreite orientieren, damit wir auch nachher, wenn man auf dem Mobile das Ganze auch funktionieren soll, ja, dann passt das eben auch, wie der Skalierung oder der Bewegungsfaktor eben ist und wir gehen jetzt hier hin, duplizieren das und bewegen von 0 einfach mal rüber. So, jetzt sehen wir ja auch, witzig auch, hier ist es jetzt momentan noch scharf, ja, das funktioniert hier also und jetzt gehe ich rüber, aber immer noch dem Problem, dass ich hier eigentlich einen Blitzer habe, hier oben und hier ist immer noch weiß. Okay, könnte man vielleicht noch irgendwie gleich tricksen, aber das war so die erste Herangehensweise so. Wenn ich jetzt aber anfange und stelle das ein, du hast gerade schon gesehen, der hat total die Überforderung, das irgendwie weich abzuspielen, ja, ich weiß nicht, ob der Skalierungsfaktor einfach so derbe hart ist für den, dass der das gar nicht hinkriegt, das hat irgendwie so komische Artefakte hier auch im Designer drin, also Chrome hat damit echt Probleme gehabt. Zudem sehen wir, dass es direkt bei 25 anfängt. Das können wir eigentlich leicht lösen, indem wir hier den Animationsstartpunkt nicht Starts Entering, sondern ist Fully Visible einstellen und dann haben wir hier den Punkt im Prinzip direkt bei oben und da können wir jetzt auch hingehen und sagen, okay, wir starten jetzt hier einfach bei 2%, ja, dass es nicht gleich reingeht, aber schon wieder, hier, hat er total Schwierigkeiten, das Ganze hier zu managen. Ich zoome und er kriegt das eigentlich fast gar nicht hin. So, okay, also das ist schon mal nicht das, was wir eigentlich hier wollen. Ich publische das trotzdem mal und wir schauen uns das nochmal im Browserfenster an. Könnte ja sein, dass das irgendwie so ein bisschen weicher dann ist und nur im Designer irgendwie ein Bug ist. Und wenn ich hier jetzt reinskaliere, es funktioniert weicher, ja, das muss man sagen. Also es scheint irgendwie im Webflow-Designer auch nochmal anders gerendert zu werden. Aber du siehst, es ist komplett unscharf. Es ist ja überhaupt nicht sexy, ja. Und ich scrolle hier weiter, also es funktioniert eigentlich, die Logik. Wir haben immer noch das Problem, dass wir ein bisschen weiter eigentlich noch skalieren müssten. Könnte man irgendwie noch hinkriegen, ja, aber es ist einfach voll unscharf. Und ich habe ein bisschen gegoogelt und geschaut, okay, es ist so, dass wenn du Scale auf Textelemente anwendest, wird es in Chrome einfach so gerendert. Das gibt also keine Möglichkeit, das Ganze eben schärfer zu machen. Außer wir tricksen Chrome aus. Und das war meine nächste Herangehensweise, Nummer zwei, dass ich gesagt habe, was ist, wenn wir genau andersrum rangehen? Wir gehen also ran und nehmen dieses Schriftzug und geben dem eben eine sehr große Größe. Erstmal hier ein Problem, was jetzt passiert, dass es in die nächste Zeile quasi umbricht. Können wir hier mit Breaking, No Wrap aber lösen. Und wir stellen den ganzen mal auf Absolute, dass er auch in der Mitte hier bleibt, sozusagen. Beziehungsweise haben wir es hier auch über Flexbox. Muss eigentlich auf jeden Fall in der Mitte bleiben. Brauchen wir hier das gar nicht. Marge ein Auto. Aber jetzt, wenn ich jetzt immer höher gehe, haben wir im Prinzip das Gleiche. Ja, ich gehe jetzt hier und es scheint auch nicht weiter zu skalieren. Also das finde ich auch interessant, dass ich meine, solche Einheitsgrößen habe ich da noch nie verwendet. Aber ich habe mir auch gedacht, okay, 400, ja gut, fange ich da an und gehe quasi andersrum. Gehe jetzt quasi den Startpunkt beim Skalieren kleiner. Gehe also rein in die Interaktion. Gehe jetzt hier hin und sage, der Skalierungsfaktor soll jetzt bei vielleicht 0,1 sein. Guck mal, muss sogar noch kleiner sein. 0,01, nee, 0,02 oder vielleicht auch 3. Und geht dann auf, machen wir erstmal wieder die 1 oder sogar noch größer. Da haben wir also die Chance, das trotzdem noch so ein bisschen, ja, haben wir die Chance, das noch ein bisschen größer als eigentlich die 100 zu machen. Also falls du das mal brauchst, wäre das schon auch ein Trick, den man anwenden könnte. Aber auch hier hat man jetzt ein bisschen die Schwierigkeit. Nehmen wir uns einfach mal den hier. Und es ist immer noch nicht groß genug. Also wir müssen hier tatsächlich, ah, beziehungsweise muss das hier da vorkommen. So, also muss man so ein bisschen hinfriemeln. Oder ich mache es jetzt hier einfach noch größer. Weiß ich nicht, 160. Jetzt sind wir auf schwarz. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wieder das gleiche Problem im Webflow Designer. Hat er da mega Schwierigkeiten, das jetzt hier zu animieren. Gut, geht gar nicht. Ich publische das. Und das ist ja auch, da macht auch keinen Spaß an sowas dann zu arbeiten. Wenn sowas, so ein Fehler in deinem Projekt ist, kann das ja immer wieder sein, dass dann der, dass irgendwie in Chrome so komisch gerendert wird. Und wenn ich jetzt wieder ranzoomme, es ist schärfer. Ja, die Position stimmt jetzt noch nicht. Aber es ist überhaupt nicht scharf. Also ich habe gerade fertig geruckelt. Jetzt siehst du es auch. Der Schriftzug ist hier nicht, wird nicht ganz ausgeschrieben. Also er hat einfach wahnsinnig Schwierigkeiten. Jetzt siehst du auch so komische Blinker. Das weich zu scrollen. Und vielleicht liegt es daran, weil es so krasse Distanzen in der Einheitsgröße hat. Ja, weil wir da wirklich von eben einer großen Einheit in eine ganz kleine gehen. Und wenn ich jetzt schnell zurückscrolle, ja, er hängt total. Jetzt hat er hier, steht auch wieder nur Bug. Also ist es einfach totaler, totaler Bug. Und in Safari war es ein bisschen besser, aber genauso nicht so weich. So, da habe ich gedacht, okay, das kann doch nicht sein, dass das Ding mich jetzt hier so lange aufhält. Gehe ich also mal rein, schaue mir an, wie Apple das gelöst hat. Ich meine, die sind ja die Pros, die müssen das ja schon wissen. Und manchmal denke ich mir, die wollen das mit Absicht, so was einfach Aussehendes mit integrieren. Was aber dann doch gar nicht so leicht umzusetzen ist. Nur damit wir Webdesigner einfach so ein bisschen Probleme damit haben. Ich gehe also rein und sehe, erstmal haben die das Ganze. Ich wusste gar nicht, dass man in der H1 einen Diff machen kann. Wusste ich gar nicht. Ist ja auch interessant. Ich zoome mal hier ein bisschen rein, dass du es lesen kannst. Das heißt, wir haben in der H1, okay, MacBook Air ist der Seitentitel, haben sie ein Span reingemacht mit dem Schriftzug MacBook Air. Und momentan siehst du das aber auf Höhe und Breite 1 Pixel gestellt. Hat also überhaupt kein, sieht man eigentlich nicht, Overflow hinten ist auch eingestellt. Ist eigentlich unsichtbar gemacht. Und jetzt haben sie aber noch ein Diff reingepackt, was eigentlich, hier siehst du es, ein Hintergrundbild enthält. Wenn wir jetzt mal einen neuen Tab öffnen, haben wir hier einen SVG mit dem Schriftzug MacBook Air. Ist es optimal? Nein, es ist nicht sexy. Aber es funktioniert wohl besser, ein Bild zu skalieren in der Größe, wie jetzt irgendwie ein Schriftzug. Das geht ja im Übrigen gar nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann versuchen wir einfach das mal. Also machen wir das genau so. Das Problem damit ist, ich zeige dir jetzt eine Lösung, die quasi besser funktioniert. Aber du musst natürlich jetzt spezifisch für deinen Kundenauftrag oder an der Stelle, wo du es haben willst, dann einen Schriftzug generieren über ein SVG. Ja, und das finde ich halt einfach einen Umweg, den ich eigentlich nicht so gerne hätte. Trotzdem wollte ich jetzt das Tutorial nicht abbrechen, sondern dir trotzdem die Lösung jetzt hier erklären. Das heißt, wir gehen hier einmal rein in die Assets. Ich habe hier das MacBook Air-Ding schon drin. Wir fügen das hier einmal ein und machen hier jetzt aber nochmal ein Wrapper außenrum. Typo Zoom Text Wrapper. Und da packen wir das Bild rein. Dem geben wir auch nochmal hier wahrscheinlich ein Image. Und unser Textelement kommt hier auch rein. Jetzt haben wir erstmal dieses Zoom Turbo Text, was wir auch absolut haben. Wir können hier erstmal alles wieder raushauen. Ja, auch alles, was wir eingegeben haben. Weil im Prinzip dient es nur für Screenreader und sowas, dass da wirklich ein Inhalt eigentlich drin ist. Wir machen das jetzt genauso wie Apple, ein Pixel Größe und machen dann Overflow Hidden, dass wir das einfach nicht sehen. Und sonst machen wir alle Einstellungen hier wieder raus. Das Wichtigere ist, dieses Typo Bild, was sich jetzt orientieren soll, immer am Eltern-Element. Also wir gehen jetzt hin und definieren nachher dieses Scale hier bei diesem Wrapper. Und das Bild-Element füllt immer 100% von diesem Wrapper eben aus. Und dem geben wir jetzt eben hier mal die Einheit in der Breite. Ja, aber das war sozusagen das Nächste. Ich kann ja jetzt hier nicht bei Text Size mit VW arbeiten, weil es ist ja jetzt ein Bild. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Breite, die Width Size müssen wir jetzt verändern. Also wenn wir jetzt hier auf 50 VW gehen, dann zoomen wir von hier und gehen von dann 50 VW dann auf, weiß ich nicht, 5000, 6000. Höhe lasse ich erstmal auf Auto. Und das war es im Prinzip. Und jetzt finde ich es einfacher zu sagen, ich simuliere das hier einmal im Webflow Designer, also quasi an der Stelle und nicht in der Interaktion. Und gehe hier jetzt einmal hin und sage, okay, von den 50 möchte ich nachher zu was für einer Größe kommen. Und bei mir war es so 6000. Also wenn du jetzt hier mal auf 1000 gehst, du siehst ja, er zoomt das immer weiter ran und es dauert ewig. Also da habe ich mir auch schon gedacht, okay, vielleicht zwingt ihn das auch wieder in die Knie. Keine Ahnung. Aber ich bin quasi nachher auf, ich glaube 5000 oder 6000, müssen wir jetzt nochmal schauen. Jetzt haben wir natürlich erstmal weiß und mussten aber hier auch mit Transform quasi das Move auch einmal hier im Webflow Designer machen. Minus 190 war das, glaube ich, 190 VW. Und dann war es 6000. Ich glaube, das waren die Werte. Ja, jetzt füllt es das quasi komplett aus. Und interessant wäre auch hier zu schauen, ist es auf Mobile auch so? Also füllt der das da auch aus, weil das ist natürlich das, was du nachher auch erreichen willst. Also das ist das, was ich nachher hier so ein bisschen testen würde. Das ist hier gar nicht so schlimm, weil wir währenddessen ja auch scrollen und es sieht dann nachher so ein bisschen aus, als ob das auch gefüllt wird quasi on Scroll. Aber das war so das, was ich überprüft habe. Und die zwei Werte waren für mich jetzt für den MacBook Air Text ausreichend oder genau richtig. Wenn du jetzt voll weit rauszoomen würdest, den Browser, dann würde das auch nicht funktionieren. Ja, wenn wir jetzt ein, das, ja, das ist jetzt wirklich nur für hier, für mein Screen, obwohl wir haben VW-Einheiten. Doch, eigentlich müsste das auf jeden Fall funktionieren, egal wie groß der Bildschirm ist. Also das fehlen Informationen. Also gehen wir jetzt hier von den 50 aus, machen das hier nochmal raus, gehen rein in die Animation. Und das wird jetzt auch die weichste oder die beste Animation, wie ich sie rausgefunden habe. Können hier jetzt nochmal Change Target auf Text Wrap gehen und auch hier das Scale im Prinzip rauslöschen. Ja, das brauchen wir ja nicht, weil wir hier auf Size gehen und machen jetzt hier in der Breite. Startpunkt war 50 VW und gehen dann auf die 6000 VW und danach nochmal, interessanterweise hat er hier, erkennt er das irgendwie jetzt nicht. Muss ich vielleicht auch Change Target nochmal machen. Wichtig, dass er hier das Gleiche hat. Also mit dem Ausrufezeichen zeigt er ja, er hat da irgendwie noch ein Problem. Also hier jetzt minus 190 und du siehst auch im Webflow Designer hier, hat er mit der Höhe, kriegt er das nicht ganz gebacken. Trotzdem, als ich das jetzt abgespielt habe, hat das schon mal funktioniert und er scrollt auch genau dann da rein. Bewegt also während dem Scrollen das noch um 190 Prozent quasi nach links. Und das war das so der Sweet Spot, wo ich gedacht habe, okay, so funktioniert das eigentlich ganz gut. Das Einzige, was jetzt noch war, war so ein bisschen vom Gefühl her, wann soll das aufhören? Ja, wenn ich jetzt hier auf der 67 Prozent bin, ich quasi fertig und dann soll ja der nächste Text, das Textelement reinkommen. Und hier fand ich es wegen Mobile eben besser, wenn wir jetzt mal auf Mobile gehen und das Zoom machen, da siehst du, er füllt es eigentlich, hier ist er jetzt fertig mit der Zoom-In-Animation. Und wenn ich jetzt aber weiter scrolle, sieht es trotzdem so aus, als ob es hier noch füllt, weil ich eben so ein bisschen im Dunklen schon scrolle und das einfach hochschiebe. Und deswegen fand ich es gut, quasi hier nochmal ordentlich Abstand zu haben. Du siehst jetzt hier, habe ich irgendwie nochmal 40 EM Abstand als Padding nach oben von der nächsten Sektion. Und da kann man eben sehr, sehr gut, finde ich, den Effekt auch auf dem Smartphone sich anschauen oder funktioniert dann auch sehr gut, wenn man jetzt einen Screen hat, der sehr hoch ist. Und das ist ja immer das, wo man halt so ein bisschen gucken muss, dass es eben auch funktioniert. Also ja, die 67, ich glaube, ich war sogar nachher noch ein bisschen weiter unten und habe einfach geschaut vom Gefühl her, brauche ich jetzt überhaupt die 300 VH in der Höhe, so als unsere Ausgangslage. Das finde ich jetzt hier sogar schon ein bisschen zu lang. Also das heißt, wir könnten hier auch mal auf 250 gehen und sagen, okay, vielleicht reicht uns das auch oder geht es dann zu schnell. Aber bei Apple war es auch so, dass man so zweimal, glaube ich, gehe ich mal nochmal rein. Ja, ich bin so beim Scrollrad ungefähr so zweimal und dann ist man reingezoomt. Also waren die 300 doch gar nicht so schlecht. Kann man natürlich dann immer nochmal so ein bisschen tweaken. Und wenn du es auch so ein bisschen weicher hinkriegen willst, dann ist ja immer, das weißt du ja, dieses Smoothing hier, dein Freund, wenn du das hier so ein bisschen einstellst, damit kannst du nochmal rumspielen. Und wenn wir jetzt nochmal das Page-Reload machen, dann haben wir im Prinzip den Effekt, den wir hier wollen. Ich bin jetzt bei den 300, ist mir doch ein bisschen zu lang. Also ich denke mal 200, obwohl hier geht es wieder. Also es hängt immer davon ab, wie schnell man natürlich auch da rein scrollt. Aber da muss man einfach so den Feintuning noch machen. Und ich finde, ja, eigentlich eine ganz nette Animation. Wir können jetzt hier leider den Text nicht markieren oder irgendwas. Screenreader können das lesen. Die H1 ist also ausgefüllt. Aber man müsste das für jeden Kunden, auch gerade wenn du jetzt Mehrsprachigkeit hast, ich meine, MacBook Air ist in jedem Land der gleiche Name. Das ist halt der Vorteil. Wenn du da jetzt aber irgendwie eine Intro-Typo-Animation für deine Portfolio-Website machst, wenn du einsprachig bist, ist es kein Problem, mal so ein SVG zu speichern. Aber wenn du jetzt mehrsprachig bist, muss man immer mehrere Varianten speichern und dann ändert sich vielleicht mal der Name und so. Also musst du abwiegen. Aber ich finde es trotzdem interessant, diese Herangehensweise oder auch diese Probleme, die eigentlich bei sowas einfach Aussehenden vorkommen können, die man so ein bisschen umgehen muss. Und da ist doch dann die beste Lösung, quasi in SVG ran zu zoomen, ran zu skalieren. Und das waren jetzt einfach mal die drei Hürden. Und das letzte hier funktioniert ganz gut. Und ich verlinke dir das Ganze als Clonable in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Mach's gut. Mach's gut.